Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einiges zu Abbildungen und Tabellen mitbringen. Dann ist es ganz wichtig, dass Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch nochmal Abbildungen und Tabellen einbringen. Immer an den Stellen, wo es teilweise doch sehr komplex wird und Sie komplexe Zusammenhänge noch einmal grafisch darstellen möchten oder durch eine Tabelle aufbereiten möchten. Von daher auch hier, wie bei den Zitaten, Abbildungen und Tabellen gerne wie das Salz in der Suppe verwenden. Sprechen Sie auch dies mit Ihrem Betreuer ab, wie der Anteil von Abbildungen und Tabellen aussehen sollte, weil es kommt immer auch auf die Fragestellung an, wie viele Abbildungen und Tabellen Sie brauchen. Wir zeigen Ihnen nun wieder ein praktisches Beispiel. Und zwar sehen Sie hier den Artikel von Davis, Bagotzi und Walshaw, die einmal das TAM-Modell, was der Autor verwenden möchte, dargestellt haben. Und zwar scrolle ich einmal nach unten. Das ist nicht diese Abbildung, sondern es ist diese. Und zwar benötigen wir nun für unsere wissenschaftliche Arbeit diese Abbildung. Da möchte ich Ihnen dringend empfehlen, nicht, also das bitte jetzt nicht machen, was ich hier gerade zeige, einfach das Snipping-Tool zu verwenden und das dann einzufügen in die wissenschaftliche Arbeit. Ich zeige Ihnen mal, wie es nicht richtig wäre. Sie erkennen schon, die Abbildung ist nicht ganz scharf. Ja, hier stimmt sogar der Schrifttyp überein, aber häufig stimmen auch die Schrifttypen nicht. Und das ist teilweise schwer lesbar. Von daher bitte nicht machen, ich entferne das auch schnell wieder. Sondern ich empfehle immer, die Abbildung einmal sauber selber darzustellen. Dann können Sie auch hier nochmal kleine Änderungen vornehmen. Zum Beispiel die Abkürzungen wurden hier vom Autor geändert. Und Sie können dann, wenn Sie alles markieren, diese Grafik schön sauber einfügen. Genauso nicht. Ich zeige Ihnen nochmal, Sie können es auch hier als Bild einfügen. Ist jetzt ein bisschen groß. Kann man nochmal anpassen über die Funktion Formatieren. Muss man ein bisschen spielen. Größe und Position. Ich mache mal hier auf 50%. Gucken, ob das passt. Ja, das sieht schon besser aus. Ich würde immer empfehlen, die Schrift sollte gut lesbar sein. Und sollte, ja, mindestens 70% der Originalschriftgröße betragen. Sollte auch derselbe Schrifttyp sein. So, dass es ein einheitliches Schriftbild gibt. So haben Sie jetzt hier schön eine Grafik eingebaut. Wichtig ist auch, dass Sie im Text letzten Endes Ihre Abbildung ankündigen und mit Querverweisen arbeiten. Das TAM-Modell ist in Abbildung 5 grafisch dargestellt. Hier sehen Sie schon, dass der Verweis zur Abbildung 5 gemacht wird. Und danach bezieht der Autor sich auf die einzelnen Variablen, die hier aufgeführt werden. So, dass der Leser einen Überblick bekommt auf das Modell und auch hier ein relativ komplexes Modell hat, wo relativ schnell die Zusammenhänge auch erfasst werden können. Das Wichtige ist auch, dass die Abbildungen nochmal einen treffenden Titel bekommen. Hier ist es so, bei den Abbildungen, die werden unter der Darstellung angeführt, bezeichnet und erscheinen nachher dann auch im Abkürzungsverzeichnis. Eine weitere Fehlerquelle, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, die Sie vermeiden sollten, ist zum Beispiel, wenn Sie mit Statistiken arbeiten, die Sie über Statista finden. Sie sollten jetzt wiederum nicht hergehen, dass Sie einfach zum Beispiel hier Angaben zum Mobile Payment einfach hier mal rausschneiden und dann in Ihre Arbeit einfügen, sondern erstmal ist es ganz wichtig, dass Sie berücksichtigen, welche Quelle das tatsächlich ist, weil Statista selber nur ein Datensammler ist oder ein Datendienst. Die Originalquellen finden Sie hier, Sie sollten auch hier die Quellen nochmal überprüfen, aber dann haben Sie beispielsweise in Statista die Möglichkeit, sich die Daten über Excel runterzuziehen und sich diese Abbildung selbst zu erstellen. Sie haben auf dem ersten Tabellenblatt einmal die Angaben, woher die Quellen kommen und dann auf der nächsten Seite einmal die Daten dargestellt, mit Ihrer Datenreihe von 2011 bis 2016, mit den unterschiedlichen Zeilenköpfen, Zahlungen über Mobile Payment, traditionelle Zahlungen, eigene Netzanbieter, andere Wege. Das können Sie einfach alles selbst einmal markieren und übereinfügen, jetzt die gestapelten Säulendiagramme auswählen. Und Sie haben dann die Möglichkeit natürlich nochmal hier eigene Anpassungen vorzunehmen, wie zum Beispiel Schrifttypen oder auch Farbschemata, beispielsweise hier, denken Sie auch daran, Beschriftungen einzufügen, die auch gut lesbar sind. Ich kann jetzt hier kein eigenes Excel-Tutorial zeigen, aber Sie haben die Möglichkeit eben hier überall nochmal Beschriftungen anzufügen und dann diese Grafik letzten Endes mit zu übernehmen in Ihre Arbeit. Von daher bei Statista seien Sie vorsichtig, geben Sie die richtigen Quellen an und erstellen Sie die Layouts, Ihre Grafiken selber, sodass nachher ein einheitliches Layout Ihrer Arbeit entsteht, das auch nochmal in die Bewertung mit eingeht. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einmal ganz kurz Alternativen zur Statista aufzeigen. Und zwar finden Sie auch über das Statistische Bundesamt, die statis.de oder wenn Sie direkte Anfragen stellen, dort weitere Daten, die Sie verwenden können für Ihre Arbeiten. Oder auch das Europäische Statistische Amt, das Statistische Amt der EU oder Eurostadt abgekürzt. Hier finden Sie auch eine ganze Fülle von Kennzahlen, Statistiken, die Sie für Ihre Arbeit weiterverwenden können. Zum Schluss noch einmal die Do's and Don'ts aufgezeigt. Das heißt, erstellen Sie Abbildung und Tabellen selber. Geben Sie einen sinnvollen Titel an. Gerade bei Statistiken überprüfen Sie bitte, was ist dargestellt. Überprüfen Sie, ob Sie die Achsenbezeichnungen alle richtig benannt haben. Wo sind die Daten erhoben worden und wann. Sind alle Angaben und Zeichen gut lesbar? Das heißt, achten Sie auch auf die Schriftgröße innerhalb der Abbildungen. Sie dürfen nicht kleiner sein als 70 Prozent ungefähr der Originalschriftgröße. Sie müssen auf jeden Fall im Text erläutert werden und idealerweise über Querverweise eingebunden werden. Zum guten Schluss ist noch einmal wichtig zu erwähnen, dass die Abbildungen oder auch Tabellen, die wichtig sind für Ihre Arbeit, auf jeden Fall in den Hauptteil der Arbeit gehören. Verschieben Sie diese niemals in den Anhang. Im Anhang befinden sich nur Dinge, Texte, Abbildungen, Grafiken, Tabellen, die zusätzlichen Informationsgehalt bieten und eventuell von Interesse für den Leser sein können. Alles, was wichtig ist, muss in den Hauptteil der Arbeit. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß bei der grafischen Erstellung von Abbildungen und von Tabellen. Dankeschön.